Hallöchen zusammen, ich darf die Delinero Box testen und die kam jetzt auch an. Das ist eine Riesenkiste, guckt mal, die ist riesengroß und darin enthalten als erstes so ein Umschlag und da war ein Zettelchen drin. Es ist die Ungarnbox. So schmeckt Europa, das Motto. So, diesmal die Ungarnbox. Es gibt immer wieder ein Thema, ein anderes Land, aus dem dann Spezialitäten oder Besonderheiten aus diesem Land kulinarisch darin verpackt sind. So, dieses Mal Ungarn. Schauen wir mal, was es Schönes in Ungarn gibt. Was haben wir hier? Wir haben hier Chokomi. Chokomi, was ist das? Aha. Raffiné. Irgendwas mit Himbeeren. Sieht wohl nach Schokolade aus. Weiße Schokolade und Kakaobutter. Gefriergetrocknete Himbeeren in einer weißen Schokoladenhülle. Genau, da haben wir es. Ah ja, bin ich mal gespannt. Hier, das sieht so nach Eiernudeln aus. Jo, würde ich sagen, Fadennudeln. Ne? Passt. So, was ist das hier? Muss ich jetzt selber erstmal gucken, was das ist. Hm, steht hier irgendwo was drauf. Roggenmehl, Butter, Kreuzkümmel. Okay. Irgendein Gebäck zu sein. Davon haben wir gleich zwei. Was ist das? Paprika? Paprikapulver? Oder wie? Sieht so aus. Okay, ja, Paprika passt ja zu Ungarn, ne? So, hier haben wir noch mehr Verpackung. Das muss ich auch erstmal beiseite räumen. Sonst kommen wir hier nirgends so ran. Was haben wir denn hier drin? Schön alles eingepackt hier. Da haben wir ein Tonic. Windspiel. Okay. Chenin-haltige Limonade. Hm, hm. Was haben wir denn noch? Was ist das? Aha. Keine Ahnung, was das sein soll. Mal gucken. Steht hier irgendwo was drauf. Gulaschpaste. Ja, ungarisches Gulasch. Klar, Gulaschpaste. Das muss ja sein. So, was haben wir denn hier noch? Glam Maggie. Sauerkirschlikör. Hm, nett. Sauerkirschlikör finde ich gut. So. Ich wühle mich durch das Paket. Was ist das? Handgemachte Pflaumenmarmelade mit Ingwer. Äh, Ingwer. Naja, vielleicht schmeckt man es ja nicht. Und, ist hier noch was drin? Nein. Dieser Bereich ist leer. Aber hier hat sich noch versteckt. Nochmal hausgemachte Zwiebelchutney. Okay. Guck mal, ja, schau, was sich in der Box hier noch verborgen hat. Eine Limette. Frische Minze. Die duftet wahnsinnig. Und, was haben wir hier? Irgendwas Fleischiges. Dünnwurst. Interessant. Wirklich interessant, was hier so dabei ist. Eine echt spannende Ungarnbox, muss ich ja mal sagen. So, da haben wir nochmal den gesamten Inhalt der Box. Ich habe hier nochmal geschaut. Die Limette und die Minze gehört zu dem Glam Maggie und dem Tonic. Das zusammen ergibt nämlich ein typisch ungarisches Getränk. Und da ist hier auch gleich in dem Beiheft die Anleitung, wie man das macht. Nennt sich Mary Maggie hier. Und da ist es erklärt, wie man es halt mixt und trinkt. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, zu jedem Produkt gibt es in Heft wirklich schön aufbereitet. Wie gesagt, Informationen. Ich habe da eben mal durchgeblättert. Da kann man ein bisschen stöbern, bevor man es verwendet. Oder sich einfach schlau machen. Das finde ich echt gut aufbereitet. Ja, das war die Ungarnbox. Ich bin erstmal zufrieden. Bin gespannt, wie es geschmacklich ist. Was ich daraus zaubern kann. Und, ja, werde mich ein bisschen damit beschäftigen. Alle weiteren Infos zur Box findet ihr in der Infobox und natürlich in meinem Blogartikel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Tschüss! ną ini ini Untertitelung des ZDF, 2020